Hi, hier ist Franz für TabTech.de und das ist ein kurzer Vergleich zwischen dem Apple iPhone 5s und dem Samsung Galaxy S4. Wir beginnen mit dem Design, denn von den Abmessungen her unterscheiden sich die beiden Geräte schon ziemlich deutlich. Das Galaxy S4 ist mit 137 x 70 mm deutlich größer als das iPhone 5s mit seinen 123,9 x 58,6 mm. Außerdem ist das iPhone 5s mit 112 Gramm auch deutlich leichter als das S4 mit 130 Gramm. Das iPhone 5s lässt sich natürlich super einhändig bedienen, aber auch das Galaxy S4 liegt für ein Gerät dieser Größenklasse super in der Hand. Wertigkeitstechnisch kann das Galaxy S4 nicht ganz mit dem iPhone 5s mithalten. Während dessen Gehäuse eine Mischung aus Aluminium und Gorilla Glass ist, besteht das das S4 größtenteils aus Kunststoff, Polycarbonat um genau zu sein. Dafür kann der Speicher hier via MicroSD-Karte erweitert und der Akku ausgetauscht werden. Das Galaxy S4 hat das deutlich größere und auch kontrastreichere Display, in Sachen Schärfe nehmen sich aber beide nicht besonders viel. Das des iPhone 5s ist aber merkbar heller und auch realistischer. Während wir im iPhone 5s den neuen Apple A7 Dual-Core-Prozessor auf 64-Bit-Basis mit 1 GB Arbeitsspeicher haben, finden wir im Galaxy S4 den Qualcomm Snapdragon 600, eine Quad-Core-CPU mit 2 GB Arbeitsspeicher. Die Performance beider Geräte ist super, wenn man auch sagen muss, dass das Apple iPhone 5s beim Surfen etwas schneller und flüssiger läuft. Die Kamera des iPhone 5s löst mit 8 Megapixeln auf und hat eine neuartige Dual-Foto-LED, während die das Samsung Galaxy S4 mit 13 Megapixeln auflöst. Bei guten Lichtbedingungen liefern beide eine hervorragende Bildqualität ab. Die Bilder werden sehr scharf, detailreich und auch farbgetreu. Im Low-Light-Bereich, also bei schlechteren Lichtverhältnissen, hat das iPhone 5s aber die Nase etwas vorne, denn die Bilder werden minimal heller und einfach weniger verrauft. In Sachen Akkulaufzeit ist das Samsung Galaxy S4 etwas besser. Während man mit diesem locker durch den Tag kommt, wird selbiges mit dem iPhone 5s schon schwieriger. Ein Alleinstellungsmerkmal des iPhone 5s ist aber definitiv der Fingerabdrucksensor, also Touch ID. Mit diesem kann das iPhone entsperrt werden oder im App Store eingekauft werden. Etwas ähnliches sucht man beim Galaxy S4 vergeblich. Dafür haben wir hier einige gestenbasierte Features, wie zum Beispiel Smart Scroll, wo das Gerät die Position eurer Augen bzw. eures Kopfes beobachtet und dementsprechend automatisch scrollt. Ob Apple iPhone 5s oder Samsung Galaxy S4 ist am Ende eine Geschmackssache. Wer ein handliches, hochwertiges und einfach zu bedienendes Smartphone sucht und den Preis des iPhones bereit ist zu zahlen, der kann bedenkenlos zum 5s greifen. Wer hingegen ein Gerät mit großem Display, erweiterbarem Speicher und zeitreichen Software Features sucht, sollte eher zum Galaxy S4 greifen. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr macht mit beiden Geräten nichts falsch. Wie ihr euch gehört, ihr habt, einen Gerät mit 5s choice. Vielen Dank.